Ja, liebe Frau Briesemann, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Holler, lieber Herr Musso, Frau Sando, auch im Namen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung heute an der berühmten Universität Göttingen. Lise Meitner, wir haben es gerade gehört, war sicherlich eine begnadete Physikerin. Darüber hinaus aber, und ich glaube, das war für den Erfolg damals wie auch heute ganz entscheidend wichtig, hatte sie ein, ich würde sagen, angemessenes, was auch immer ganz wichtig ist, von gesundem Menschenverstand geprägte Selbstbewusstsein, das nicht zuletzt auch aus ihrem Elternhaus heraus rührte. Genau dieses Selbstbewusstsein, vermute ich, hat sie erfolgreich gemacht, mit erfolgreich gemacht und hat sie zahlreiche schwierige Phasen, die sie mit Sicherheit hatte, meistern lassen. Aber genau das macht sie auch für die heutige Generation über alle Geschlechter und Ausprägungen, würde ich sagen, hinweg zu einem Vorbild. Lise Meitner hatte Zivilcourage. Eine ganz wesentliche Aufgabe der DBG sehe ich unter anderem auch darin, zu helfen, dass sich Begabungen, insbesondere in den MINT-Fächern, durch angemessene, sachlich orientierte Bildung, unabhängig vom Geschlecht und auch unabhängig von der sozialen Herkunft, auf allen Ebenen entfalten können. Und damit wird insbesondere auch die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe gelegt, sich nämlich am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen, sich auch zumeist sehr komplexen Zukunftsthemen der Gesellschaft, der Menschheit ja wirksam einzumischen, zu Energieversorgung, zu Digitalisierung, personalisierte Medizin, aber auch zu der Frage, wie kann ich denn einer Pandemie wirksam begegnen? Bildung ist damit aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz wesentliche Grundlage für Zivilcourage, für Teilhabe, für Einmischen. Und ja, es stimmt schon, die deutsche physikalische Gesellschaft und auch die physikalische Gemeinschaft ist immer noch ganz wesentlich von Vorstellungen von Männern geprägt, würde ich doch nach wie vor so sagen. Und damit auch bewusst oder unbewusst häufig so organisiert. Ich denke zwar nicht, dass es breite, explizite Diskriminierung gibt von Kolleginnen, aber es gibt sicherlich viele Dinge, die noch nicht selbstverständlich sind. Zum Beispiel die Vereinbarung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die nicht nur für Frauen, auch für Männer natürlich wichtig ist oder eine erkennbare und planbare Berufsperspektive in einem Alter als Postdoc, in einer Zeit, wo man selbst, sagen wir mal, ja sehr für seine politische, für seine wissenschaftliche Karriere arbeiten muss und gleichzeitig aber auch eine Familie aufbaut. All das, da gibt es sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf an Universitäten und auch an Forschungsinstitutionen. Tenure-Track-Professuren oder auch die Einrichtung von Mittelbaustellen, beides fördert oder unterstützt die DPG sehr stark, ist sicherlich ein Mittel, um an der Stelle weiterzukommen, aber es gibt viele mehr und ich bin auch gerne bereit und ich freue mich auf Anregungen, auch von Ihrer Seite, Frau Briesemann, was man auch in der DPG an der Stelle noch besser machen kann. Lise Meitner als historische, aber wie ich glaube ich eben auch gesagt habe, als höchst aktuelle Leitfigur ist ein herausragendes Beispiel dafür, mit Mut, Durchhaltevermögen und Selbstbewusstsein, gesundem Selbstbewusstsein, die eigenen Ziele zu erreichen in einem Umfeld, das von einem völlig anderen Rollenbild, Sie haben das eben gerade nochmal dargestellt, geprägt war. Diese Tugenden sind damals wie heute immens wichtig für alle, für jede und für jeden in der Gesellschaft und damit für unsere Gesellschaft auch als Ganzes. Denn ohne diese Tugenden und ohne diese ständige Hinterfragen von traditionellen Rollenbildern glaube ich nicht, dass wir die Zukunft meistern können. Und aus diesem Grund freue ich mich, dass wir mit Ihnen, liebe Frau Briesemann, heute wieder eine Physikerin begrüßen dürfen, die genau all diese Tugenden auszeichnet und die damit, ich glaube das darf ich sagen, auch zu einem Vorbild in der Gesellschaft geworden ist. In Würdigung Ihres unerschrockenen Eintretens in der Öffentlichkeit für den Faktenbasierten Diskurs zur Covid-19-Pandemie erhielten Sie, liebe Frau Herausforderungen bietet und uns gibt. Und letztendlich, nun möchte ich auch schließen, freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, mein Name ist Maurizio Musso, ich bin Professor für Experimentalphysik an der Universität Salzburg und derzeit Präsident der österreichischen Physikalischen Gesellschaft. Ich möchte alle Anwesenden und alle Zuschauer von Seite der ÖPG von der österreichischen Physikalischen Gesellschaft herzlichst begrüßen und von Seite des Vizepräsidenten der ÖPG Christian Teichert, der im nächsten Jahr dann Präsident für die nächsten zwei Jahre werden wird und von meiner Seite auch die besten Wünschen an Kollege Joachim Ulrich für die jetzige und zur Präsidentschaft. Und auch noch soll ich ausrichten, herzliche Grüße von Monika Ritsch-Marte, Professorin an der MedUni Innsbruck. Sie ist hauptverantwortlich innerhalb der österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die Gestaltung der Lise Meitner Lectures. Was ich im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung erwähnen möchte, ist etwas, was Johanna Stachel, DPG-Präsidentin 2012 und 2014 gesagt bzw. geschrieben hat. Erfolgreiche Physikerinnen als Vorbilder sind von unschätzbarer Bedeutung, denn der Weg in die Physik und auch das Bestehen in der Wissenschaft sind nicht immer einfach und der Weg zur Verwirklichung von Chancengleichheit in Deutschland und in Österreich ist noch weit. Wenn junge Frauen sich die Physik als ihr Fach ausgewählt haben, dann brauchen sie deshalb auch Vorbilder, die ihnen zeigen können, dass sich Engagement lohnt, selbst wenn es einmal Widerstände gibt. Und ich freue mich, dass wir genau solche Vorbilder wie Viola Prisemann haben. Ein letzter Aspekt im Zusammenhang mit der österreichischen Physikalischen Gesellschaft und mit der erfreulichen Entwicklung hinsichtlich Physikerinnen. Die österreichische Physikalische Gesellschaft ist relativ klein, hat 1041 Mitglieder, davon sind 17 Prozent Frauen. Vollbeschäftigt sind 483 Personen, davon 14 Prozent Frauen. Teilbeschäftigt oder pensioniert sind 263 Personen, davon 13 Prozent Frauen. Das heißt, dieser Aspekt ist gleich geblieben, aber die studentischen Mitglieder sind 289, davon 26 Prozent Frauen. Also man sieht, dass hier eine Entwicklung, eine ganz erfreuliche Entwicklung stattfindet, die ich hoffe, in Zukunft mit Hilfe von diesen Veranstaltungen und mit Hilfe von weiteren Aktivitäten hinsichtlich Chancengleichheit, Code of Conduct weiter gefördert und verstärkt werden wird. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag und noch einmal herzliche Grüße vonseite der ÖPG. Ich brauche einen kurzen Moment. Ich kann ja so lange zwei Worte sagen. Und zwar ist es sehr beeindruckend zu hören, was Lise Meitner, wie soll ich sagen, an Widerständen überwinden musste, um überhaupt so weit zu kommen. Wenn ich dann an mein eigenes Leben zurückdenke, frage ich mich, wie kommt es überhaupt, dass ich hierher gekommen bin? Habe ich dieselbe Selbstbewusstsein? Habe ich dieselbe Genialität? Ich glaube, in meinem Fall ist es vor allen Dingen mein unzerstörbarer Optimismus, dass es doch irgendwie klappt in diesem Wissenschaftssystem. Und die ganz, ganz, ganz große Freude an diesen komplexen Systemen, an dieser Schönheit. Und das Dritte ist, dass wir tagtäglich in der Wissenschaft das machen können, was wir wollen. Und genau deswegen stehe ich, glaube ich, heute hier. Das ist mein Optimismus. Das war der Optimismus, dass wir in der Covid-Pandemie ein klein bisschen was bewegen können. Der Optimismus, dass wir herausfinden können, wie komplexe Systeme funktionieren. Und in meinem spezifischen Fall das Thema, was mich am meisten interessiert, die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass man denken kann? Ist das die Seele? Ich bin noch mit dieser Vorstellung aufgewachsen, dass das definitiv die Seele sein muss. Inzwischen ist meine ganz klare Arbeitsprothese, dass die Zusammenarbeit von Milliarden von Neuronen und das ganz fein abgestimmte Zusammenspiel dazu führt, dass wir uns hier verstehen können. Aber auch das ist sicherlich Optimismus, denn wir sind, wie Sie gleich sehen werden, noch weit davon entfernt herauszufinden oder zu wissen, wie genau das Denken funktioniert. Nichtsdestotrotz freue ich mich Ihnen und Euch heute eine Einführung zu geben. Ich fange mit relativ grundlegenden Aspekten des Gehirns an. Hier sehen Sie, hier seht Ihr ein neuronales Netzwerk. Das sind Neurone, das sind sehr besondere Zellen, denn jede einzelne dieser Zellen hat diese ganz, ganz langen, verzweigten Kabel. Im menschlichen Gehirn gibt es davon 80 Milliarden, das ist tausendmal mehr, das ist zehnmal mehr, als wir Menschen auf der Erde haben. Und jedes dieser Neuronen ist über diese Kabel mit anderen verbunden. Es sendet und empfängt elektrische Signale. Und die Synapsen, das sind die Strukturen, die dann zwei Neuronen an diesen sehr, sehr dünnen Kabeln verbinden. Diese Kabel sind viel dünner als ein H. Diese Synapsen, da ist einer der Kernaspekte vom Lernen, denn die passen ihre Verbindung an. Jetzt hat jedes einzelne Neuron hunderte, wahrscheinlich tausende von Synapsen. Insofern haben wir hier ein Netzwerk, ein weitverzweigtes Netzwerk, was wahrscheinlich wesentlich komplexer ist, als das, was wir als soziales Netzwerk hier auf der Welt haben. Zehnmal weniger Menschen und hunderte bis tausende Kontakte hat auch nicht jeder von uns. Wie funktioniert Informationsverarbeitung in diesen Systemen? Wir kommen dem in den letzten Jahren Schritt für Schritt näher. Hier zeige ich Ihnen ein Video von einer Zebrafischlarve, einem ganz kleinen Zebrafisch. Von oben, hier ist das eine Auge, hier unten sieht man das andere, aber man sieht wahrscheinlich meine Maus nicht, nicht wahr? Oben sieht man das Auge, unten sieht man das andere Auge und diese fluoreszierenden Pixel, das ist neuronale Aktivität, die durch fluoreszierende Proteine sichtbar gemacht wird. Häufig ist das lokal, aber manchmal leuchtet das durchs gesamte Gehirn durch. Und diese neuen biophysikalischen Methoden, das sind diejenigen, die es uns erlauben, mehr und mehr zu verstehen, wie das Gehirn funktionieren könnte. Damit die Aktivität dort fließt, haben wir Interaktionen zwischen Neuronen und ich denke, es sind viele Physiker hier auch am Bildschirm und hier im Raum. Im Verhältnis zu klassischen physikalischen Systemen haben wir ganz andere Interaktionen hier. Wir haben nur ganz kurze Interaktionen. Ein Neuron ist aktiv und Puls sendet einen kurzen Puls von einer Millisekunde Dauer und das wird an die anderen Neuronen gesendet. Das heißt, man hat keine kontinuierliche Interaktion wie in klassischen physikalischen Systemen. Die Interaktion ist gerichtet. Ein Neuron muss eine gerichtete Synapse zu dem anderen Neuron formen, aber das heißt nicht, dass in die rückwärte Richtung dieses Signal fließen kann. Wir haben eine Zeitverzögerung, die macht bei vielen der mathematischen Behandlungen durchaus ein Problem und auch bei den Konvergenzen, die wir später brauchen. Und ganz wichtig, ich hatte schon erwähnt, die Synapsen, also die Verbindung zwischen den Neuronen, sind mit der Zeit veränderlich. Das heißt, wenn wir als Wissenschaftlerinnen, als Wissenschaftler dieses System untersuchen, müssen wir immer davon ausgehen, dass während der Beobachtung sich das System selber die ganze Zeit ummodelliert. Die Stationaritätsannahme, die sonst eine sehr elegante ist, können wir nicht unbedingt haben. Diese Synapsen sind zwischen den Neuronen, sie leiten das Signal in eine Richtung weiter und diese synaptische Stärke verändert sich beim Lernen, um das, was ich gerade gesagt hatte, zusammenzufassen. Das Signal, dadurch, dass die Kopplung stärker oder schwächer wird, wird eben das Signal, das weitergeleitet wird, stärker oder schwächer. Man kann sich das ganz grob vorstellen. Am Ende wollen wir ja eine Katze oder ein Hund erkennen, dass wenn das Netzwerk gut eine Katze oder ein anderes Objekt erkennt, dann wird man versuchen, diese Verbindung zu stärken, um da dieses Gedächtnis zu memorisieren. Wie aber genau wir von der Veränderung dieser Milliarden Synapsen im Gehirn zu einem Mustererkennung, zur Inferenz und final zum Denken kommen, da machen wir wirklich aus meiner Sicht die ersten Schritte. Hier in Göttingen haben wir dazu ein ganz großes Forschungsprojekt. Hier ist zum Beispiel einfach nur dargestellt, wie komplex allein schon die erste Hälfte der Synapse aussieht. Wir haben dazu einen SFB, der allein anschaut, was die molekularen Übertragungsmechanismen an den Seiten dieser Synapse sind. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal zu den künstlichen Netzen gehen, denn das ist was, wo ich Sie vielleicht abholen kann. Sie haben bestimmt alle schon von den tiefen neuronalen Netzen gehört, die auch schon seit über zehn Jahren mit beeindruckender Performance zum Beispiel Katzen und Hunde gut voneinander unterscheiden können. Was macht man dort? Man gibt Bilder ein, diese Bilder müssen ein Label haben, also es muss dabei stehen, ob das ein Hund oder eine Katze ist. Diese Bilder werden in diese Netzwerke gefüttert und im Idealfall sagt dann, ist das eine Neuron aktiv, wenn es ein Hund ist und das andere Neuron wird aktiv, wenn es eine Katze ist. Wie lernt oder wie trainiert man solche Netzwerke? Das Trainieren geht dann im Prinzip rückwärts, man schaut, hat das Netzwerk richtig oder falsch klassifiziert, das nennt sich dann überwachtes Lernen und wenn es falsch klassifiziert hat oder je nach Klassifikation, schaut man, wo der Fehler herkommt und macht mit der Kettenregel, geht man rückwärts durch das Netzwerk und passt dann entsprechend die einzelnen Gewichte und Synapsen an. Kann man das im lebenden Gehirn so machen? Das ist ziemlich unmöglich. Wir bräuchten ja ein eigenes Netzwerk, was uns diese Regeln ausrechnet. Es gibt Ideen, wie man das macht, aber ich möchte eine spezifische hier herausgreifen, die aus meiner Sicht extrem elegant ist. Es geht hier um das sogenannte nicht überwachte Lernen. In dem Fall gebe ich diese Hunde- und Katzenbilder in das Netzwerk und zwar ganz ohne Label und ich möchte, dass das Netzwerk von alleine sieht, dass da verschiedene Sorten von Klassen sind. Wie funktioniert das? In den Neuronen, in dem wir neuronalen Netzen passen, die ihre Verbindung stärken, lokal und unüberwacht an. Lokal heißt, wir brauchen nur die Information, die an den beiden verbundenen Neuronen vorhanden ist und sonst nichts. Das ist optimal, weil es komplett hoch skaliert. Wir brauchen keinen Lehrer, keine Lehrerin, die jeder einzelnen Synapse sagt, was sie tun soll. Alles, was die Synapse schaut, ist, was ist die Aktivität der beiden Neuronen, die sie verbindet. Und dann, und das ist vielleicht ein bisschen wie Magie, gibt es wirklich in diesen neuronalen Netzen Neuronen, die dann aktiv sind, wenn man ein Katzenbild reingibt oder wenn man ein kann, man muss dann selber von Hand noch durchgehen und überlegen, okay, das hier ist ein Neuron, was besonders für Katzen oder für Hunde eben aktiv ist. Das heißt, die Semantik muss man noch dazugeben. All diese Magie, diese Emergenz, dass diese Netze diese wiederholenden, diese Strukturen in der echten Welt lernen. Da gibt es Arbeiten hier schon aus den 90er Jahren, die relativ intuitiv sich gedacht haben, wie man das im Prinzip machen sollte. Wie macht man das im Prinzip? Ich habe leider nicht die Möglichkeit, da reinzugehen. Das ist relativ eine mathematische Herleitung. Aber was brauchen wir? Wir brauchen immer dann, wenn eine Neuron sozusagen anfängt, ein Muster zu finden und das wieder und wieder zu finden, dann müssen wir diese Verbindung zu diesen Mustern verstärken. Der zweite Zutat ist, wir müssen schauen, dass wir die Repräsentationen sinnvoll über alle Neurone verteilen. Wir wollen ja nicht, dass am Ende nur Katzenneurone rauskommen und keine Hundeneurone. Ich meine, die Welt insgesamt ist um einiges komplexer. Wir müssen das irgendwie effizient verteilen. Die dritte Herausforderung ist, dass diese Weiterleitung immer Zeit braucht. Das ist nicht viel, das sind ein paar Millisekunden. Ein Neuron ist aktiv und dann dauert es ein paar Millisekunden, bis das nächste aktiv ist. Aber dadurch gehen Assoziationen verloren. Es ist ja nicht gleichzeitig. Auch diese Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Weldiak hat es in den 90ern sehr beeindruckend vorangebracht, aber auf eine intuitive Art und Weise, was wir hier in den letzten Jahren gemacht haben, insbesondere Fabian Mikulasch und Lukas Rudelt und Benjamin Kramer, PhD-Studenten in meiner Gruppe und hier auch in Heidelberg, mit denen wir zusammenarbeiten. Die, mit denen haben wir überlegt, wie können wir das analytisch herleiten? Wie können wir aus Prinzipien herleiten, wie dann lokal die einzelnen Anpassungsregeln sein sollten, damit dann emergent diese Mustererkennung gelingt, ohne dass wir einen Lehrer, eine Lehrerin, also ohne dass wir einen Supervisor brauchen. Jetzt habe ich natürlich viel von Machine Learning erzählt, von Biologie, neuronalen Netzen. Warum Physik? Was bringt uns eigentlich die Physik an dieser Stelle, um die Funktionsweise von neuronalen Netzen zu erforschen? Das, was wir nutzen, sind Methoden, die in der Physik in den letzten Jahrzehnten wirklich beeindruckend entwickelt worden sind. Wir nutzen die statistische Physik und die Informationstheorie, um Aktivitätsausbreitung auf der einen Seite, um Informationsausbreitung zu quantifizieren. Musterbildung ist ein klassisches Thema, emergente Musterbildung ist ein klassisches Thema der Physik. Da geht es nicht um die Frage, welche Moleküle wo mit welchen Molekülen ganz genau interagieren, sondern was sind die Prinzipien der Interaktion von Abstoßung und Anziehung, die wir brauchen, damit bestimmte Sorten von Mustern überhaupt entstehen können. Das heißt, die Physik ist eigentlich das ideale Studium, um dann sich emergente Phänomene wie die Musterbildung, wie Schwarmverhalten oder eben auch Informationsverarbeitung in neuronalen Netzen anzuschauen. Im Folgenden möchte ich jetzt drei Arbeiten aus unserer Arbeitsgruppe vorstellen. Das erste geht um Selbstorganisation in neuronalen Netzen und das Konzept der Kritikalität. Dann werde ich in eine, sage ich mal, angewandte Mathematikrichtung gehen und zwar das Problem, oft haben wir ein großes System, sehen nur einen winzigen Teil davon, können wir trotzdem Rückschlüsse über das gesamte System ziehen. Und das dritte ist dann ein kleiner Ausblick zumindest auf die Covid-Pandemie. Das ist natürlich nicht völlig zufällig gewesen, dass ich in dem Bereich arbeiten konnte. Fangen wir hier mit der Kritikalität an, kritische Systeme. Das ist ein wichtiges Thema in den Neurowissenschaften, weil man denkt, dass Netze, die im kritischen Zustand sind, besonders gut für Informationsverarbeitung sind. Was ist ein kritischer Zustand? Ich habe diese Illustration gefunden, die mir sehr gut gefällt, die soll so den Übergang zwischen Ordnung und Chaos darstellen. Intuitiv, glaube ich, können viele zustimmen, dass wir beides brauchen. Wir brauchen in unserem Gehirn Ordnung, damit wir das, was wir kennen, strukturieren. Wir brauchen ein bisschen Chaos, damit wir neue Ideen, Kreativität und neue Erkenntnisse entwickeln können. In der Physik ist dieser Übergang zwischen Ordnung und Chaos oder zwischen Stabilität und Instabilität oder andere bekannt, weil er sogenannte kritische Phänomene hervorbringt. Das ist im klassischen Gleichgewichts-Easing-Modell studiert worden und wirklich sehr gut verstanden. Hier nehmen wir zum Beispiel die Sensitivität und wir ändern in diesem Modell die Kopplungsstärke. Nehmen wir mal in dem neuronalen Netz die Kopplungsstärke an. Wir ändern also die Kopplungsstärke und dann gibt es da diesen Bereich, wo die Sensitivität des Netzwerks gegen unendlich geht, die divergiert. Und nicht nur die Sensitivität, sondern auch andere Eigenschaften divergieren. Nehmen wir also das klassische Easing-Modell, ich lasse jetzt einfach an der Seite, was das ist, das dort divergiert und geht zu unendlich die Suszeptibilität. Und wenn man das auf neuronale Netz überträgt, dann ist das im Prinzip die Sensitivität zu Input. Und klar, ein neuronales Netz soll Sensitivität haben, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Entschuldigung, ich habe das alles noch. Die spezifische Wärme, die repräsentiert den Kodierungsraum, die Korrelationslänge entspricht der Kommunikation im Raum und der Kommunikation in der Zeit, wenn wir lange Korrelationslängen haben. Es ist also intuitiv und klar und bekannt aus der Theorie, dass die Kritikalität Aspekte der Informationsverarbeitung maximieren kann. Und es gibt eine ganze Reihe Modelle, die dann zeigt, dass die Dynamic Range, also den Bereich, den man enkodieren kann, der Informationstransfer, dass das alles maximiert ist. Die Korrelationslänge, die aktive Informationsverarbeitung. Es gibt wirklich einige Bücher, die genau darüber geschrieben ist, Kritikalität in neuronalen Systemen. Man könnte sich also denken, dass das Thema bearbeitet ist. Aber ich würde jetzt nicht darüber sprechen, wenn da nicht offene Fragen wären. Und ich möchte das in der folgenden Skizze zusammenfassen. Der X-Achse hier ist die Koppelungsstärke von schwach nach stark. Wir haben hier in der Mitte einen kritischen Wert, die Kritikalität, wo eben die Sensitivität oder auch andere Eigenschaften gegen unendlich gehen. Und es wird eben argumentiert, dass genau hier wir eine besonders gute Verstärkung des Inputs haben, dass wir einen langen Nachhall des Inputs haben und das für die Informationsverarbeitung nutzen können. Jetzt gibt es aber eine zweite Richtung in den theoretischen Neurowissenschaften und in der Physik, die eigentlich sagt, wir sollten viel eher in einem Bereich sein, wo die neuronale Aktivität unordentlich aussieht, also sehr wenig korreliert ist. In diesem Bereich haben wir maximale Entropie und minimale Redundanz. Wenn man sich hier zum Beispiel dieses Pattern anschaut, mit dem wir das visualisiert haben, das hat skalenfreie Eigenschaften, das hat schöne Ästhetik, aber das könnte man wunderbar komprimieren, wenn man das jetzt mal in so ein ZIP-Code stecken würde. Jetzt haben wir zwei Felder, die komplett konträre Theorien haben, an welchem Arbeitspunkt das Gehirn eigentlich sein sollte. Hier mehr dort, wo wir alle Redundanzen rausgenommen haben oder dicht am kritischen Punkt. Beide haben experimentelle Evidenzen auf ihren Seiten. Niemand argumentiert, dass wir hier im hochkorrelierten Zustand sein sollten, das entspricht eher Epilepsie und hat keinen großen Vorteil, soweit wir das sehen, für Informationsverarbeitung. Wie gehen wir also an so eine Frage ran? Das erste ist, man muss realisieren, dass es dort einen klaren Widerspruch gibt und das zweite ist, sobald es solche fundamentalen Widersprüche gibt, kann man sich hinsetzen und einen Beitrag machen, wenn man es schafft zu lösen. Uns ist es gelungen und zwar auf verschiedene Arten und Weisen. Erstens muss man einen mathematischen Rahmen finden, in dem man beides gleichzeitig behandeln kann. Zweitens müssen wir mit diesen ganzen Ungleichgewichtsproblematiken umgehen, das ist der Hinweis hier für die Physiker und Physikerinnen. Als drittes ist noch ein besonderes Problem, was ich kurz angesprochen hatte. Nehmen wir zum Beispiel das menschliche Gehirn, das hat 80 Milliarden Neuronen. Das Mausegehirn hat noch 80 Millionen, aber in Experimenten können wir wirklich nur einen winzigen Bruchteil all dieser Neuronen messen. Und wir konnten zeigen, dass diese Missverständnisse, die in den letzten 20 Jahren in diesem Feld sich entwickelt hatten, dass diese Widersprüche darauf zurückzuführen sind, dass die Experimentalisten oder und Theoretiker auf verschiedene Aspekte dieses Teilsystems nicht geguckt hatten. Die Experimente können also nur einen winzigen Bruchteil der Neuronen messen und wir haben neue Schätzverfahren entwickeln können, um den systematischen Bias auszuschließen, den man hat, wenn man vor einem ganz kleinen Teil des Systems Rückschlüsse auf das Gesamtsystem macht. In diesem Fall möchte man wissen, wie die Aktivität sich ausbreitet, was die Suszeptibilität ist und die unterschätzt man, wenn man nur einen kleinen Teil des Systems naiv anschaut. Die Mathematik haben wir hier in, das war ein erster PhD-Student gewesen, mit Jens Wilting entwickelt. Die sind in dem Paper 2018 dargelegt. Ich, dadurch, dass es ja hier heute für eine breite Hörerschaft ist, möchte das hier ganz arg kurz fassen. Wir kommen aber im nächsten Kapitel nochmal darauf zurück. Nehmen wir an, wir haben das Problem gelöst. Wir haben jetzt ein neues Schätzverfahren, dieses neue Schätzverfahren können wir auf neuronale Aktivität von ganz vielen verschiedenen Spezies anwenden, inklusive neuronaler Aktivität aus und von Menschen. Man misst neuronale Aktivität im Menschen auch mit Elektroden. Man muss Elektroden in das Leben einführen und zwar bei epileptischen Patienten, die in der Klinik sind und dann aus medizinischen Gründen solche Elektroden implementiert haben. Das heißt, bei all diesen Spezies haben wir gefunden, dass dieser Kontrollparameter, der R-Wert, der nicht bei 1 ist, nicht ganz am kritischen Punkt, er ist auch nicht sehr gering, er ist bei etwa 0,98. Jetzt fragt man sich 0,98, macht das jetzt wirklich einen relevanten Unterschied zur 1? Ja, es macht einen relevanten Unterschied, denn kleine Änderungen in diesem Kontrollparameter, kleine Änderungen, wie man hier sieht, machen einen relativ großen Unterschied in der Sensitivität, wie Sie auf der Y-Achse sehen. Das ist auch der Grund, warum wir 0,98 sehr genau von 0,999 oder von 1 unterscheiden können. Diese kleinen Änderungen erlauben es dann dem neuronalen System, dass es seine Sensitivität anpasst, je nachdem, welche Anforderungen eine bestimmte Aufgabe stellt. Wer das System viel weiter weg vom kritischen Punkt hier auf der linken Seite bei einer schwachen Kopplung? Oder wäre es viel dichter am kritischen Punkt, also wäre es viel weiter weg, dann könnte es diese Tuning, diese Einstellungsmöglichkeit nicht haben. Wäre es viel dichter am kritischen Punkt, ist die Gefahr gerade im biologischen System groß, dass man in die Instabilität, in die Epilepsie hinüberfällt. Und es gibt einen großen Anteil von Menschen, die zumindest einmal im Leben auch wirklich einen solchen epileptischen Anfall haben. Das weist zumindest darauf hin, dass dieses neuronale Netz dicht an dem Übergang zu Instabilität ist. Unsere Hypothese ist also, dass jedes Hirnareal, jeder Bereich im Gehirn seine Kopplung, seine synaptische Stärke anpassen kann, je nachdem, was die Anforderungen der Aufgabe sind. Wenn das eine theoretisch hergeleitete Hypothese ist, dann heißt es auch, dass jedes Hirnareal im Gehirn möglicherweise einen anderen Arbeitspunkt haben sollte, je nachdem, was die Aufgaben sind. Und auch das haben wir vor kurzem hier in neuen neuronalen Daten gefunden. Das hier ist die Hirnoberfläche von einem Makaken. Und wir finden, dass die Areale, wo der visuelle Input reinkommt, die frühen Areale, dass die besonders eher wenig sensitiv sind. Der Vorteil ist, wenn sie wenig sensitiv sind, dass sie die Aktivität schnell weiterleiten und auch schnell vergessen. Wir haben nicht das, was wir in der Nähe des kritischen Punkts haben als critical slowing down. Die Areale hier in der Mitte und vorne im Gehirn, die die Informationen von vielen Modalitäten zusammenbringen, also die visuelle und auditorische Informationen zusammenbringen, die sind viel dichter an diesem Kipppunkt zur Instabilität und können dadurch die Informationen besser über längere Zeitskalen integrieren. Wir haben also ein Konzept aus der Physik genommen, kritische Phänomene, also Phasenübergänge zweiter Ordnung, haben uns gefragt, inwiefern das eine gute Beschreibung für neuronale Netze ist, insbesondere die Aktivitätsausbreitung in neuronalen Netzen, die Stabilität und auch die Frage, wie solche Netze sich selbst organisieren und im Prinzip eine Sensitivität zulassen, ohne hypersensitiv zu werden. Ein Beispiel, was ich jetzt bringen möchte, um einmal zu illustrieren, wie das Selbstlernen und das Selbststabilisieren in diesen neuronalen Netzen funktioniert, mache ich im Folgenden. Wie gesagt, ich würde am liebsten komplett in die Details dieses Projekts gehen, aber ich habe es noch nicht geschafft, das in drei Minuten zusammenzufassen. Ich möchte aber an einem Beispiel zeigen, auf welche Art und Weise wir herleiten, wie ein neuronales Netz funktionieren sollte. Hier sehen Sie einzelne Neurone, wo die Verbindungen weggemacht worden sind. Diese einzelnen Neurone kann man jetzt in eine Schale tun und in dieser Schale fangen diese einzelnen Neurone an, über drei, vier Wochen Verbindungen wachsen zu lassen. Wir können also in der Schale ein künstliches neuronales Netz wachsen lassen. Das bildet sich selbst, das fängt an aktiv zu werden und die Regeln, mit denen sich die Synapsen, mit denen sich die Verbindungsstärken anpassen, das sollten in dieser Schale dieselben sein, die auch im Gehirn gelten. Das Erste, was so ein neuronales Netz machen sollte. Die wirklich grundlegende Lern- und Anpassungsregeln ist eine Selbststabilisierung. Wie leiten wir die her? Das Ziel, wenn man lokale Lernregeln jetzt für Selbststabilisierung herleitet, ist, dass im Prinzip jede einzelne Verbindungsstärke angepasst wird. Das heißt, die Anpassung der Verbindungsstärke Alpha, die passiert folgendermaßen. Wir haben für jede der Verbindungsstärken eine langsame Erhöhung über die Zeit und jedes Mal, wenn das Neuron aktiv war, dann wird diese Verbindungsstärke ein bisschen reduziert. Das Ganze passiert auf einer sehr, sehr langsamen Zeitskala. Diese Regel ist ausreichend, um die Aktivität im Netzwerk auf eine mittlere Rate zu bringen. Das ist eine homostatische Regel. Und sie hat starke Vorteile, denn sie braucht nur lokale Informationen. Das Neuron muss nur wissen, wie stark es selbst aktiv ist. Wenn es zu stark aktiv ist, werden dadurch die Verbindungen reduziert. Wir haben hier diesen Term Minus S, der reinkommt. Wenn es nicht aktiv ist, werden die Verbindungen Stück für Stück, Schritt für Schritt ein bisschen stärker. Das Tolle ist, wir brauchen auch kein Memorieren der vergangenen Aktivität. Wir müssen nicht zählen, wie viel das in der letzten Stunde aktiv war. Das ist etwas, was kontinuierlich passiert. Ein Drift zur Verstärkung hin und eine Reduktion, wann immer das Neuron selber aktiv war. Wenn wir das jetzt auf so einem neuronalen Netz laufen lassen mit einer schönen komplexen Topologie, dann ist das die Aktivität, die wir finden. Hier auf der Y-Achse ist die Anzahl der Neuronen, die aktiv ist. Auf der X-Achse ist die Zeit. Und hier sehen wir, dass da meistens Ruhe ist. Und dann ist ein starker Burst, dann ist Ruhe starker Burst. Ist das das, was wir wollen? Ist das das, wie das Gehirn seine eigene Aktivität organisiert? Ganz sicher nicht. Wir haben im Gehirn nicht Ruhe und dann Burst und Ruhe und wieder Burst. Im Gehirn haben wir eher kontinuierliche Aktivität. Was wir gefunden haben, ist, dass das etwas ist, was nur dann passiert, wenn das System isoliert ist. Wenn es so gut wie keinen externen Input bekommt. Wenn wir den Input zu dem System stärker und stärker machen, sehen wir, dass sich da mehr und mehr eine kontinuierliche Aktivität herausformt, die dann statistisch ziemlich genau dem entspricht, was wir auch im menschlichen Gehirn sehen. Das heißt, durch homöstatische Selbstorganisation wird die Inputstärke hier zum Kontrollparameters eines nichtgleichgewichtsphasenübergangs zweiter Ordnung. Anders gesagt, wo ich ursprünglich immer die Kopplung zwischen allen Neuronen anpassen musste, kann ich jetzt die Inputstärke nehmen und die Inputstärke, die bestimmt von hier nach dort, wie weit von dem kritischen Punkt, den ich gerade beschrieben habe, das System weg ist. Mache ich sehr wenig Input, bin ich ganz dicht am kritischen Punkt, mache ich den Input stärker und stärker, selbst organisiert sich das System weiter weg vom kritischen Punkt. Das, was wir finden, ist, dass der Input, den wir, also das ist ein geringfügiger Input von etwa zwei, ein Prozent Aktivität, der führt genau zu dem, was wir in Experimenten beobachten. Also in vitro, wenn wir dieses neuronale Netz isolieren, komplett isolieren von der Welt, dann haben wir diese epilepsieartige Dynamik, die sich herausbildet. Das weiß jeder, der in diesen Schalen, in diesen Netzwerken in der Schale arbeitet. Hier sind Experimente, die das zeigen. Wir haben da starke Aktivität aller Neuronen, dazwischen weitgehende Pause. Das hier ist Aktivität, wie sie im lebenden Gehirn aussieht. Und dort haben wir fluktuierende, kontinuierliche Dynamik mit dem R-Wert von etwa 0,98. Wir sehen, dass derselbe Selbstorganisationsmechanismus, der führt zu pathologischen, epileptischen Verhalten unter Isolation, also hier in diesem Fall, wo wir das Netzwerk in der Schale haben. Aber zu einer natürlichen Dynamik, wenn wir das System einem gewissen Input, also nur einen kleinen Input von etwa ein Prozent seiner eigenen Aktivität aussetzen. Das kann Stimuli der Außenwelt sein, das können bestimmte Hirnareale sein, die es auch gibt, die von sich aus sich aktivieren. Das hat ganz klare Implikationen für die klinische Forschung, denn hier diese In-Vitro-Experimente, das ist wirklich eines der Arbeitspferde, die man in der Pharmakologie nimmt. Man nimmt diese neuronalen Netze, lässt sie wachsen und schaut, wie zum Beispiel verschiedene Pharmaka sich darauf auswirken. Aber wenn man das natürlich untersucht auf einem System, was die ganze Zeit leise ist, einen Burst hat und wieder leise ist, dann haben wir da eventuell nicht immer ganz sensitive Resultate. Unser Ziel ist es also, in Kollaboration mit Experimentalisten, und das sind wirklich drei Gruppen, die sich da an dieses Problem herangewagt haben, diese In-Vitro-Systeme aus ihrer Isolation zu retten, damit wir dann auch in der Schale eine Aktivität haben, die vielmehr dem entspricht, was wir auch im echten Gehirn sehen. Wir haben also einen Aspekt gesehen zur Selbstorganisation in neuronalen Netzen zum Lernen. Ich habe dieses Beispiel ausgesucht, weil es einfach das Prinzip zeigt. Wir haben das Prinzip, wir haben eine Zielfunktion, wir wollen eine bestimmte Aktivitätslevel im System. Wir überlegen, wie sich dann die Einzelverbindungen anpassen sollten und finden, dass dann zu den Experimenten passende Dynamik rauskommt. Genau dasselbe können wir machen, indem wir Informationstheorie nehmen, nicht Aktivität. Wir nehmen Informationstheorie, sagen, wie der Informationsfluss in dem neuronalen Netz eigentlich sein sollte und passen dann die Lernregeln abhängig von den informationstheoretischen Zielfunktionen ab. Aber das ist einfach eine relativ, das sind relativ viele Formeln und am Ende kann ich nur sagen, es funktioniert halbwegs oder wie gut das funktioniert. Deswegen glaube ich, dass das hier einfach eine Möglichkeit zu zeigen, wie die Herangehensweise ist und in Gedanken oder für alle, die interessiert sind, kann ich sehr empfehlen, diese Studien von Mikolasch et al. anzuschauen, wo wir das für Informationsverarbeitung in komplexeren Netzwerken machen. Im zweiten Teil möchte ich zur Subsampling-Theorie gehen. Subsampling ist etwas, was mich auch persönlich sehr interessiert. Das ist ja fast eine philosophische Frage. Ich habe ein riesiges System, ich sehe nur einen ganz kleinen Teil davon. Was kann ich überhaupt wissen? Ich hatte dieses Bild hier schon gezeigt von den etwa 80 Milliarden Neuronen im menschlichen Gehirn und in Experimenten können wir nur einen winzigen Bruchteil davon messen. Wir haben in vielen verschiedenen Problemen, diese eher angewandte Mathematik-Fragestellung verantwortet. Ein Beispiel möchte ich nennen, weil das auch mit der Covid-Forschung zu tun hat. Und zwar haben wir uns als wirklich grundlegenden Prozess die Verzweigungs- oder Ausbreitungsprozesse angeschaut. Ausbreitungsprozess kann man hier darstellen, als sage ich mal eine Person, die es infiziert, die infiziert vielleicht ein paar andere Leute in den nächsten Schritt und so kommt dann so eine Infektionskaskade zustande oder im Gehirn, wenn ein Neuron ist aktiv, das aktiviert dann andere. Dieser Prozess ist schon 1875 studiert worden an einem Beispiel, was auch mit Gender wahrscheinlich zu tun hat. Golden und Watson haben sich gefragt, warum sterben manche Familiennamen aus? Die haben also diesen Prozess definiert als, hier ist eine Person mit einem Familienname und diese Person hat eine zufällige Anzahl von Söhnen. Kann ich dann berechnen, ob der Familienname ausstirbt oder nicht oder mit welcher Wahrscheinlichkeit der ausstirbt? Und hier haben wir genau das, was wir vorher in der Skizze auch schon gesehen haben. Wir haben, wenn der R-Wert unter 1 ist, also wenn eine Person im Mittel weniger als eine Person ansteckt, dann haben wir einen exponentiellen Zerfall. Der Familienname würde auf jeden Fall garantiert aussterben. Im Falle von R größer 1 kann der Familienname immer noch aussterben, aber im Mittel hat man ein exponentielles Wachstum und der kritische Zustand trennt die beiden voneinander. Das einzig Wichtige wirklich, das bestimmt, ob oder ob nicht so eine Kaskade ausstirbt, ist der R-Wert, den wir jetzt seit Covid alle gut kennen. Ich überspringe mal die mathematische Definition und sage, das, was wir jetzt ja wissen wollen, ist, wir wollen die neuronale Aktivität messen, wir wollen die Fallzahlen messen und aus den gemessenen Fallzahlen wollen wir wissen, was denn genau der R-Wert ist. Ich habe ja behauptet, der ist 0,98 fürs Gehirn. Wenn man die gesamte Aktivität hätte, also wenn man alle Aktivitäten des Systems hätte, dann ist es relativ einfach. Man kann die Aktivität in einem Zeitschritt und am nächsten Zeitschritt gegeneinander auftragen und die lineäre Regression gibt einem eine Schätzer. Das ist alt und gut bekannt. Wenn wir aber nur einen kleinen Teil des Systems sehen, dann ist es leider wesentlich weniger einfach. Mein Bildschirm ist gerade gefroren, ich hoffe, dass ich das weiter machen kann. Für die finale Version können wir das rausschneiden. Für die finale Version können wir das rausschneiden. Wenn wir nur einen kleinen Teil der Aktivität beobachten, wie in diesem Sketch, dann ist die Schätzen wesentlich schwieriger. Ich möchte das hier auch an einem weiteren Beispiel zeigen. Auf der x-Achse ist die Zeit, auf der y-Achse sind viele Kanäle. Wenn wir da nur ein paar wenige Kanäle messen, was hier als gelbe Punkte angezeigt ist, dann sehen wir wirklich nur noch einen Bruchteil der Aktivität und das ist entsprechend schwer dann zu schätzen, was der zugrunde liegende R-Wert ist. Die Art und Weise, wie wir das dann schätzen, hat im Kern die Eigenschaft, dass wir diesen Zusammenhang von dem Zeitpunkt T und T plus 1 verallgemeinern auf beliebige Zeitpunkte. Wir konnten herleiten, dass die Falschschätzung, der Bias, den man hat, dass der unabhängig ist davon, wie viel man in die Zukunft oder die Vergangenheit guckt. Wir können nicht abschätzen, wie groß er ist. Aber wenn er für all diese Schritte gleichartig ist, dann brauchen wir eigentlich nur zwei anschauen, um ihn rauskürzen zu können. Und das ist die Art und Weise, wie wir einen Schätzer finden können. Hier ist auch der Kernpunkt der... Oh Gott. Entschuldigung. Ich habe wirklich ein Problem mit dem Pointer und dem Zoom manchmal. Unterm Strich ist es so, dass wegen des geringen Beobachtens der gesamten Aktivität gibt, haben wir eine unsichere Beobachtung. Das reduziert die Korrelationsstärke in meiner Beobachtung. Und weil die Korrelationsstärke reduziert ist, ist dann auch die Schätzung der Regression unterschätzt. Und daher kommt der Bias, der auch zu den Missverständnissen in den Neurowissenschaften geführt hat. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, mit dem Schätzer den Kontrollparameter direkt aus der Aktivität zu schätzen. Wir brauchen nur die Aktivität, wie wir beobachtet haben. Ist es nicht erforderlich, die Systemgröße, die Anzahl der gemessenen Einheiten oder eines der Momente der Prozesse zu können? Und unter idealen Bedingungen, wirklich unter idealen Bedingungen, schätzt eigentlich reicht es eigentlich sogar aus, nur eine einzige Einheit, ein einziges Neuron zu messen. Dann können wir aus der Return Time, aus der Zeit, wann dieses eine Neuron wieder aktiv wird. Grob abschätzen, was die Ausbreitung im gesamten Netzwerk ist. Das gilt nur, wenn alle Neurone gleichwertig oder gleichartig sind und ich eine Zufallsverbindung habe. In Experimenten haben wir das ausprobiert. Jetzt haben wir 100 Neuronen angefangen, sind auf 50, 20, 10 runtergegangen und jenseits, also unter 20 sieht man dann große Abweichungen, große Varianz. Aber im theoretischen Modell würde es reichen, im Prinzip ein einziges Modell, ein einziges Neuron zu messen. Kollegen nutzen diesen Ansatz, weil er sehr dateneffizient ist. Wir brauchen eigentlich nur ein paar Minuten Daten aus dem Gehirn, um zu wissen, was der entsprechende Abstand zum kritischen Punkt ist, also wie sensitiv das Netzwerk eigentlich ist. Das heißt, wir können das benutzen, um herauszufinden, ob mit Aufmerksamkeit in den verschiedenen Hirnarealen oder mit Krankheiten da irgendwelche grundlegenden verschiedenen Abstände zu der Instabilität sind. Ein Projekt, das wir gerade anschauen, zusammen mit Kollegen der Universitätsklinik Bonn, ist inwiefern Epilepsie zum Beispiel sich auch darin manifestiert, dass man einfach dichter an der Instabilität ist, dann nicht mehr so gut kontrollieren kann und feintunen kann, dass man den Übergang zur Instabilität vermeidet. Man möchte hier einen Sicherheitsabstand zur Instabilität halten. Eine Theorie, die wir dort haben, ist, dass Epilepsie eben ein System ist, was nicht mehr gut genug reguliert ist und dadurch immer mal wieder in diese Instabilitäten kippt. Wir haben das damals testen wollen. Die Theorie ist immer schön herzuleiten in modellierten Systemen. Echte Daten stellen einen immer vor eigene Vorausforderungen. Damals haben wir uns schon die Masernausbreitung angeschaut. Warum Masernausbreitung? Masern ist eine Krankheit, die spruchinfektiös ist und das Robert-Koch-Institut bekommt all die Daten. Das heißt, wir konnten, genauso wie man jetzt Covid-Daten runterladen kann, damals auch schon die Maserndaten für Deutschland und im Prinzip für sehr viele Länder aus der Welt vom Robert-Koch-Institut oder eben der WHO bekommen. Das ist unser Resultat. Wir gehen davon aus, dass die Masern vollständig gesampelt sind. Das heißt, hier der klassische Schätzer in blau und unser Schätzer in grün, bringen genau denselben Wert für die effektive Reproduktionszahl. Die ist unter eins, weil viele Menschen geimpft sind. Wir haben also lokale Ausbrüche, die auch wieder gestoppt werden. Dann haben wir einfach angenommen, dass wir nur 50 Prozent, 20 Prozent oder nur ein Prozent all dieser Fälle beobachtet hätten. Also eine dunkle Ziffer hier, die ein Faktor 100 wäre. Und dann sehen wir, dass unser Estimator zwar, unser Schätzer zwar eine größere Varianz hat, aber immerhin immer noch den korrekten R-Wert schätzt, während die klassischen Schätzer das unterschätzen. Jetzt haben wir natürlich damit die Epidemiologie nicht revolutioniert, denn wenn man den R-Wert in der Epidemiologie schätzt, dann geht man in die Haushalte und dann zählt man, wie viel Person hat eine Person angesteckt. Daher kommt auch natürlich eine sehr, sehr wichtige und zuverlässige Schätzung für den R-Wert. Aber man muss damit in die Haushalte gehen. Wir haben hier eine Möglichkeit, auch dann, wenn wir sehr geringe Beobachtung haben. Und das ist gerade im Gehirn ein riesiges Problem, da den R-Wert, die Ausbreitung der Aktivität im Gehirn sehr genau zu schätzen. Ich glaube, so ist ein bisschen klar geworden, wie wir über unsere Erforschung von Ausbreitungsdynamik und Subsampling-Theorie genau die richtigen Methoden hatten, um beim Ausbruch der Covid-19-Pandemie einen Beitrag zu leisten. Ich fasse den ganz kurz zusammen. Wir haben im Bereich der Covid-19-Epidemie zum Beispiel hier die sogenannten SIR-Modelle dort genutzt, die Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist. Man geht davon aus, dass susceptible Personen, also welche, die noch nicht immun sind, mit einer gewissen Übergangsrate infiziert werden. Und diese Rate, also wie sehr die Anzahl infizierter Personen wächst, das hängt davon ab, wie viele sehr susceptiblen Personen auch infizierte Personen treffen. Das ist der Term, ich mache jetzt hier nochmal den Pointer auf die Gefahr hin, dass wir wieder rausfliegen. Das ist hier der Term, je mehr susceptible Personen, infizierte Personen treffen, desto größer wird der Pool. Natürlich werden diese infizierten Personen irgendwann wie immun oder recovered. Dadurch sinkt dann die Anzahl der Personen, die wir in diesem Pool haben. Das ist so das einfachste Modell. Das kann man dann entsprechend erweitern, indem man ein Exposed-Pool hinzunimmt oder ganz spezifische Fragestellungen macht. Die Hauptherausforderung, wenn wir Systeme wie zum Beispiel Covid erforschen, ist, die Modelle runterzubrechen auf die Essenz, und zwar auf die Essenz, die für die entsprechende Fragestellung notwendig ist. Das Modell sollte natürlich, das kennen wir alle, so simpel sein wie möglich, aber alle notwendigen Parameter drinnen haben. Das heißt im Endeffekt, dass eigentlich fast jede Fragestellung ihr eigenes Modell braucht. Ein Thema, das wir uns angeschaut haben, ist, wie und auf welche Art und Weise das Testen und das Kontaktnachverfolgen zur Eindämmung der Pandemie beiträgt. Das Testen und Kontaktnachverfolgen habe ich hier links dargestellt als eine Art Eisberg. Oben in diesem Eisberg, das ist der Teil, den man sieht, das sind die Personen, ich kann das mal von hier versuchen, aber es ist nicht ganz optimal. Oben sind die Personen, die, das sind die Personen, die bekannt sind, bei denen bekannt ist, dass sie positiv getestet sind, die sind im Idealfall isoliert oder in Quarantäne für die Kontaktperson. Das Problem und die Personen, die diese Pandemie wirklich treiben, das sind diejenigen, die nicht wissen, dass infiziert sind oder sich nicht in Quarantäne und Isolation begeben. Diese Personen zu entdecken, das ist die Herausforderung und das Ziel beim Testen, Tracen und Isolieren, also beim Testen Kontaktnachverfolgen und dann die Kontakte isolieren. Wir haben diese Studie gemacht in 2020 und damals waren auch die Anzahl Tests, die man hatte, noch relativ knapp. Wir hatten noch keine Schnelltests. Unter diesem Aspekt könnte man jetzt sagen, es gab damals Studien, die gesagt haben, wenn wir ein bisschen testen und dann eine ordentliche Kontaktnachverfolgung machen, dann kriegen wir Covid auch in den Griff. Ein paar Länder haben das ja auch bewiesen, mit sehr viel Mühe haben die dann lokale Ausbrüche eliminiert. Aber in der Realität in Europa ist das Testen und Kontaktnachverfolgen nicht perfekt. Wir haben prä- und asymptomatische Infektionen und die sind schwer zu erkennen. Wir haben Kontakte bei der Kontaktnachverfolgung, die übersehen werden, weil man sich vielleicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt oder sonst wo angesteckt hat. Es gibt Personen, die natürlich auch gar nicht wollen, dass ihre Kontakte alle bekannt sind. Die Quarantäne ist nicht perfekt. Personen halten sich daran oder eben auch nicht. Einige Menschen lassen sich aus irgendwelchen Gründen absolut nicht testen. Diese Gründe sind leider häufig auch sozioökonomisch. Wer getestet ist und dann nicht zur Arbeit gehen kann, gibt es leider einen Teil der Personen, die dann auch eine finanzielle Einbuße haben. Und wenn das ein Problem ist, werden die sich nicht testen lassen, damit sie nicht in Quarantäne müssen. Also Covid-Ausbreitung Eindämmung hat auch immer einen sozioökonomischen Aspekt. Wir haben Eintrag Neuinfizierter aus dem Ausland und ganz wichtig, das Testen und Kontaktnachverfolgen ist gemacht worden mit den Gesundheitsämtern und die Gesundheitsämter haben eine limitierte Kapazität. Und diese limitierte Kapazität, die bringt einen Kipppunkt mit sich. Das bedeutet, und das kann sich jeder gut vorstellen, wenn wir genug Kapazität haben, dann ist das Testen und Kontaktnachverfolgen schnell, die Infektionskretten können effizient gestoppt werden. Dieser versteckte Pool, der untere Teil des Eisbergs, ist relativ gering. Wir haben wenig Personen, die nicht wissen, dass sie infiziert sind. Und dadurch kann man die Epidemie relativ gut eingrenzen. Wir haben das mathematisch ausgearbeitet. Das Modell wird ein bisschen komplizierter, gar nicht mal komplexer. Und ich fasse hier einfach nur kurz die Ergebnisse zusammen. Das Erste, was klar ist, ich habe es auch schon wiederholt. Es sind wirklich die unentdeckten Fälle, die am meisten beitragen zur Ausbreitung von Covid-19. Wenn dann die Testkapazität übertragen wird, die gelbe Linie in der mittleren Abbildung hier, was passiert dann? Wenn diese Kapazität übertragen wird, dann geht die Anzahl der Fälle auf der Y-Achse nicht mehr approximativ exponentiell hoch, sondern sie geht dann schneller als exponentiell hoch. Das liegt daran, dass je mehr Fälle da sind, desto mehr unerkannte Fälle gibt es, desto stärker, also überexponentiell stärker breitet sich dann das Virus aus. Das ist so ein bisschen wie bei einem Waldbrand. Das Modell passt hier relativ gut. Ich kann beim Waldbrand mit der Feuerwehr versuchen, die lokalen Brandtherde einzudämmen. Wenn die gelöscht sind, habe ich zumindest dort Ruhe. Oder das Feuer ist komplett außer Kontrolle, dann bleibt einem nicht viel anderes übrig, außer die Vulnerablen zu schützen in irgendeiner Form, also die Dörfer zum Beispiel zu schützen. Und das Testen und Kontaktdachverfolgung mit all den so gut und wie möglich realistischen Parametern, die wir haben, das erlaubt also die Infektionsketten ganz gezielt zu stoppen. Und im Effekt ist es dann so, dass statt etwa einer Kontaktperson kann man aus Versehen bis zu zwei Personen anstecken, ohne dass wir in das exponentielle Wachstum reinkommen. Aber da sieht man eben auch dran, in dem Moment, wo dann das Testen und Kontaktdachverfolgung zusammenbricht, geraten die Ketten außer Kontrolle und dann wird das Wachstum extrem schnell wieder. Dann haben wir einen R-Wert von zwei, einfach nur, weil das Testen und Kontaktdachverfolgung nicht mehr funktioniert. Also der R-Wert hier, wenn ich sage, eine Person kann im Prinzip aus Versehen zwei anstecken, das bezieht sich auf die Personen hier unten in dem Teil, die nicht wissen, ob sie infiziert werden. Der R-Wert von zwei wird dann ausgeglichen dadurch, dass man über die Kontaktnachverfolgung und das Testen infizierte Personen und Kontaktpersonen aus dem Infektionsgeschehen rausbringt. Das geht ja wirklich, der R-Wert in dem unerkannten Teil kann zwei sein. Und trotzdem ist er im Gesamtsystem noch eins. Das ist also eins der Projekte, die wir gemacht haben, die Eindämmung der Covid-Pandemie durch Testen und Kontaktdachverfolgung quantifizieren. Wir haben angeschaut, wie der Fortschritt des Impfens die Kontaktbeschränkungen uns erleichtert. Wir haben die Dunkelziffer abgeschätzt und wir haben wirklich im Herbst 2020 sehr früh, als es noch hieß, es gibt keine Winterwelle, haben wir sagen können, man sieht sie, sie ist da. Wir sehen sie in den Fallzahlen, weil wir sie nämlich altersabgelöst und inklusive der Dunkelziffer uns angeschaut haben. Das war eine unangenehme Zeit, weil nämlich da sehr viel Unsicherheit in der Bevölkerung war, sehr viel Polarisation, sehr viel Wunschdenken, dass ja schon alle immun seien und wir kein Problem mehr über den Winter mit Covid haben. Und wir haben, das ist eine der jüngeren Arbeiten, das Winterdilemma formuliert, wenn wir dann im Prinzip fast alle Personen geimpft haben, die Personen im Impfangebot haben, dann ist das Winterdilemma das folgende zum vergangenen Winter. Entweder man hält die Fallzahlen niedrig, dann braucht man Kontaktbeschränkungen, aber dann lassen sich die Personen nicht impfen, die noch nicht geimpft sind. Lässt man die Fallzahlen hochgehen, ist das Risiko für jede Person größer. Der eine Teil immunisiert sich natürlich und der andere Teil hat eine größere Motivation, sich zu impfen. Dadurch gehen dann die Fallzahlen wiederum runter und man geht mit einer höheren Immunität in den Frühling. Das heißt, das Winterdilemma zum letzten Herbst war wirklich die Frage, wie bekommt man die Impfmotivation hoch, ohne dass die Fallzahlen extrem hoch gehen müssen. Sicherlich hätte man im Rahmen der Covid-Pandemie hier und da andere Entscheidungen oder auch andere Kommunikations-Policies machen können. Aber es ist ganz klar ein Unterschied, ob man noch keinen Impfstoff zur Verfügung hat oder ob man ihn zur Verfügung hat und noch die Frage ist, wie eine Impflücke geschlossen werden kann oder wie eine Immunitätslücke geschlossen werden kann. Aber das ist kein Thema für heute. Wir haben uns heute vor allen Dingen neuronale Netze angeschaut und ich möchte mit einer allerletzten Folie schließen. Zur Selbstorganisation lebender Netze haben wir heute viel gesprochen. Ich habe gezeigt vor allen Dingen, wie wir von der Ausbreitungsdynamik zum Informationsfluss, zum Lernen und dann, was mich interessiert, zur Infogenese, wie entsteht Informationsverarbeitung im Gehirn, wie wir da hinkommen. Das zweite Thema, was ich aus der Pandemie mitnehme, ist ein Forschungsprojekt, was gerade jetzt Anfang Mai angelaufen ist, durch das BMBF gefördert. Das ist die Interaktion zwischen Pandemie und Infodemie. Ich habe mich gefragt, was ist für mich die wichtigste Fragestellung, die wir haben in dem Kontext. Und die Fehlinformation, die Missinformation, die sich auch durch Bots, durch Bubbles in sozialen Netzwerken ausbreitet, ist eine der großen treibenden Kräfte. Ich habe also ein Konsortium koordiniert, wo ich zusammen mit Soziologinnen und Kommunikationswissenschaftlern anschaue, wie wir anhand der Covid-Pandemie verstehen können, wie die Interaktion zwischen Pandemie und Infodemie war und wie wir dann hoffentlich in Zukunft besser mit unseren sozialen Netzen, dem Informationsfluss und der Kommunikation umgehen können. Die Ziele hier sind ganz klar, wenn wir verstehen, wie das neuronale Netz, das lebende neuronale Netz funktioniert, dann können wir eine energieeffizientere KI entwickeln. Denn das Gehirn, das wir zwischen unseren Ohren haben, das braucht etwa 20 Watt. Das ist viel weniger als so eine klassische Glühbirne. Die KI, die auf den Großrechnern läuft, das ist eine ganz andere Größenordnung. Forschungsinstitute, auch hier am Campus, haben einige Tonnen CO2 pro Person, allein wegen der Rechencluster, die dort laufen. Da ist das Reisen noch nicht eingerechnet. Die Selbstregulation neuronaler Netze und ihre Pathologie ist ein zentrales Thema, was wir hier auch in Zusammenarbeit mit den Sonderforschungsbereichen am Campus Göttingen ganz aktiv vorantreiben. Und in Sachen Vorbereitung auf Pandemien und zukünftige Krisen ist das Thema Infodemie eines derer, mit denen ich mich beschäftigen werde. Es bleibt mir, und das ist mir das allergrößte Anliegen, wirklich ganz herzlich meiner Arbeitsgruppe zu danken. Das ist die Arbeit von denen natürlich, die ich vorgestellt habe. Die haben vor Covid, aber auch gerade während der Covid-Pandemie, fast Übermenschliches geleistet. Wir haben gerade am Anfang, als diese Fragen so dringend waren, die Pandemie so schnell sich entwickelt hat, rund um die Uhr gearbeitet, was vielleicht auch einfach war. Wir waren ja alle im Lockdown zu Hause. Nichtsdestotrotz, es war auf der einen Seite viel Spaß, es war aber auch ganz arg viel Einsatz und Engagement von all diesen wirklich wunderbaren Personen in meiner Arbeitsgruppe. Ganz herzlichen Dank an Sie alle für das Zuhören hier im Raum und auch online. Vielen Dank. Vielen Dank.